Du bist der deprimierendste Mensch, den ich kenne. Ich kann dein ständiges Gejammer nicht mehr hören. Ich kann dein ständiges Gejammer nicht mehr hören. Ich kann dein ständiges Gejammer nicht mehr hören. Ich kann dein ständiges Gejammer nicht mehr hören hören. In der Barsche, in der Barsche, in der Barsche. Du brauchst die Details. Auf jeden Fall, als die Deutschen weggekommen sind, habe ich meine Fähigkeiten zu arbeiten, nach Westen, nach der Britannischen Front, wie ein Alleycat. Between me and the British Front were German trenches and German guns. Oh, and half the population of Berlin. All spoiling for a fight. All right, let's go. Ich bin so streng hier. Ich bin froh. 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 Die sind froh. Das nervt langsam. Schreiche! Was ist das? Was ist das mit den Harland-Elf-Fighters hinweg? Sind die in unserem Sektor? Nein. Gott sei Dank. Das Oberkommando spielt das Thema runter. Aber ich habe einen Freund, der im Hauptquartier arbeitet. Und der sagt, es gibt uns eine Dämpfe, weil einer unserer Frontabschnitte wegen ihnen prüppelt. Hier ein Grab und ein weiter Frontverkehr. Ich habe nicht angewiesen, dass ich nicht meine Kraft bin. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe es mit deinen Nachdruckmann unterwegs, dass wir plötzlich auf eine ihrer Stellungen gestoßen sind. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, scheiße. 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 Oh, scheiße.